Bei der Herstellung von Wellpappe betreiben Sie einen enormen logistischen und technologischen Aufwand. Höchste Anforderungen in der Produktion, von der WPA bis hin zur Weiterverarbeitung. Dies alles muss von Ihnen berücksichtigt werden. Die Forderung Ihrer Kunden liegt bei 100 Prozent. Baumer HHS hat die richtige Technologie, um dieser Forderung gerecht zu werden. Das kontaktlose Baumer HHS Leimauftragssystem mit optischer Überwachung, der spezielle Mehrfachauftragskopf und das einzigartige Wasserbad garantieren Beleimung auf höchstem Niveau. Eine perfekte Beleimung bei allen Geschwindigkeiten sowie auf allen vorhandenen Zuschnitten ist jederzeit gewährleistet. Die schnell schaltenden elektrischen Ventile ermöglichen eine bisher noch nie dagewesene Präzision. Durch diese Präzision gehören Innenverklebungen der Vergangenheit an. Bei langsamer Produktion wechselt das System in den Punktmodus. Zusätzlich werden Einsparungen im Leimverbrauch von bis zu 20 Prozent erreicht. Die von Baumer HHS selbst entwickelte 9 zu 1 Hochdruckpumpe generiert bei allen Geschwindigkeiten über eine voreingestellte Druckkurve immer die passende Leimmenge. Die neue und selbsterklärende Bedienoberfläche auf einem Touchscreen ermöglicht Änderungen verschiedenster Parameter in kürzester Zeit. Zum Beispiel das Ab- oder Zuschalten einer Leimspur im laufenden Betrieb. Übrigens, das Baumer HHS-System ist natürlich mehrsprachig. Ein optischer Sensor oder ein PC-basiertes Live-Bild-Kamerasystem. Unsere Überwachungssysteme finden fehlerhafte Produkte und geben die richtigen Signale, um diese auszuschleusen. Ob einseitige oder beidseitige Beleimung, Innen- oder Außenlaschenverklebung. Baumer HHS hat die kontaktlose Antwort für alle Maschinentypen entwickelt. Produktionsprotokolle werden von der Industrie immer häufiger geöffnet. Durch Generieren eines PDF-Protokolls kommen Sie dieser Forderung nach. Der Bediener kann es mittels USB-Stick abgreifen oder über eine Netzwerkverbindung weiterleiten. Die Weihpappenindustrie und ihre Herausforderungen. Wir haben verstanden.